Planeshift Interactive Spiel wird generiert, bitte warten. Willkommen zum Angeldeld von Jain Guard. Einem taktischen RPG, wo mir jetzt diese kleine Kamerafahrt über diesen Tabletop-Tisch eigentlich schon sehr gut gefallen hat. Ich gucke nur kurz, ob hier irgendwie ganz auf Deutsch spielbar ist oder so, aber ich glaube nicht. Dann spielen wir halt einfach ein neues Spiel auf Normal und mal gucken, was daraus wird. So, wir können diverse Charaktere hier umbenennen und so. Eigentlich ganz cool. Ähm, Trapper, Farmer, Craftsman. Cheese Maker ist natürlich auch schön. Du bist, du bist kalkulierend. Suspicious. Komm. Suspicious? Suspicious? Trusting, Lawful, Trusting machst du mal chaotisch. Also du kannst ja wirklich den allen irgendwelche Backgrounds geben und so, was schon ganz cool ist. Du kannst ja auch weiter kustomisieren, wie du lustig bist. Das ist eigentlich voll cool. Ähm. Okay. So. Fangen wir einfach mal damit an. Und drücke das um, äh, ja, okay. So. Also hierhin. So, ich drücken theoretisch. Encounter Personality Traits, Diverse Rewards, Combat Equipment Rewards. Okay, ja, okay, okay. Und hier ist Eden. So. Da sind wir. Hint, main course encounters occur randomly as your travel. Das heißt, wir wollen da hin. Vom Weg da hin haben wir vielleicht dann irgendwelche Begegnungen. Mal gucken. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, was das Spiel hat. In den kalten Stunden der Nacht drei, ähm, ähm, Dörfler aus Heartland erwachen zu einer späten Stunde. Okay. Man könnte fragen, warum die drei, was, äh, warum sie wach bleiben, nachdem ihre lange Arbeit beendet ist. Und so nah dran sind am Beginn einer neuen Arbeit. Die Antwort darauf findet mir auf, in einem Brief, der neben ihnen ruht. Der Nachrichtenüberbringer hat gesagt, äh, es kommt vom Norden aus Jengard. Außerhalb von Heartlands? Das war seltsam. Das ist einer, äh, was, keiner von den dreien hat jemals davon auch nur gehört, Heartland zu verlassen. Es wird noch schlimmer. Ähm, zusammen fangen die drei an, den Brief zu lesen. Alle Heartlander sind Familie. Deswegen, ähm, habe ich getan, was ich tun musste. Die unausgesprochenen von Jengard haben über Jahrhunderte geherrscht. Äh, Jahre des, des, äh, nicht Druck, sondern, halt, ne, ja, schon irgendwie Druck, aber halt, doch, wenn ihr das deutsche Wort einfach nicht einfällt, ne. Jemals, ne, mit Nachdruck, mit Schmerz und, äh, ohne Glauben. Die, äh, Baronin des Blutes, Verlierer, ähm, herrscht über Heartland im Namen von Jengard. Ihr Steuerantreiber, die, äh, Westtakers, äh, dass die Heartlanders nicht mit Hoffnung leben. Aber ohne Glauben, Jengard wird für immer herrschen. Wird Jengard für immer herrschen. Äh, ich musste es beenden, aber ich habe versagt. Ähm, mit diesem Brief gibt es die Hoffnung, äh, äh, gibt es Hoffnung. So. Ich habe eine Karte beigelegt und die könnt ihr nutzen, um den Weg hierher zu finden. Deswegen endet meine Reise hier. Und weswegen eure beginnen muss. Es gibt eine Kirche, eine versteckte, eine Kirche, die an Hoffnung erinnert. Die Kirche des, Kirche, öh, die Kirche des, des vierten Bruns erinnert noch immer an die lang vergessenen Zeiten des Abenteuers. Die Unausgesprochenen von Jengard, äh, nahmen die Abenteurer von uns. Und, und, sie wurden, was sie sind. Finde die Kirche, bring Verlierer down, ähm, also, bringen sie zu Fall. Und fliehe aus Heartlands durch die, die Tore der Stille. Rette dein Zuhause und wenn du versagst, dann geh sicher, dass, äh, andere deinen Fußschritten folgen. Der Brief ist signiert durch, äh, alle Heartlanders sind Familie. Geh, Abenteurer. Oder, Abenteurer Wannabies. Deine Zeit ist gekommen, alter Mann. Sag uns, wer dir geholfen hat durch die Tore der Stille. Tu es und ich werde dir einen schnellen Tod gewähren. Äh, du packst den Brief nieder, indem du von einer, 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 feindlichen Stimme, äh, Vorausthal, wie, wie übersetzt man das? Ähm, bei einer fremden Stimme, einer, einer Stimme von draußen unterbrochen. Unterbrochen wirst. Komm raus da! Äh, äh, ähm, ähm, im Namen von Verlierer, äh, der Baronin des Blutes. Da ist einer von diesen Boy-Stakern. Äh, 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 ein Atanik-Text-Collector. Ah ja. Also ein Steuertreiber. Was können die hier nur tun? Ich weiß nicht, vielleicht wollen sie uns auch betöten. Okay, dann bewaffnen wir uns nur auf dem Fall des Falles. Du beginnst disrupting the makeshift weapons amongst yourself. Äh, okay, Kart-Options, making decisions. Während jede Begegnung in Jengard, äh, musst du eine Kartenoption wählen. Aber auch immer du eine Option wählst, äh, deine Abenteuergruppe bekommt eine Erfahrung. Äh, unten findest du die Konsequenzen, die es haben wird. Okay. So. Das ist im Moment das einzige, was ich machen kann. Äh, nachdem du ein paar waffenähnliche Dinge eingesammelt hast, äh, gehst du nach draußen und begegnest den, äh, äh, Breast-Taker. Okay, wir kommen raus. Weißt du, was lustig ist? Äh, innerhalb der, die Gedanken der, äh, Verräter und Heuchler, äh, haben sich die, die die an Spoken gefunden. Oder auch ich, die an Spoken gefunden. Und die Breast-Taker und seine Wache starren mich an. Meine Brüder und Schwestern, äh, der Hardwatch, äh, Messenger hier. Äh, sie haben gemerkt, dass hier jemand eine Nachricht überbracht hat. Äh. Äh, von dem Verräter. Es scheint, also ob ihr schlechte Entscheidungen getroffen habt, meine Freunde. Okay. Your Sentence under Athenic Law of Attraction. Also wir sind, äh, verdammt, nein nicht verdammt, äh, deutsches Wort. Weißt du, wenn ihr das deutsche Worte einfach wie spontan nicht einfällt? Ah. Ah. Jemals, ne? Den Namen von, äh, Tanik. Sind wir unter Arrest quasi, mehr oder weniger. Weapons and Mastery. Weapons are vital. Also, Waffen sind wichtig. Gib jedem, äh, Abenteurer eine Waffe. So. Äh. Welche Waffe sie tragen? Ist abhängig von der, von der, wenn es Stats die sie haben wollen. Weapon Mastery, Power of Abilities, Ancestual Mastery. Burning Blood Curse. Okay. So. Du, grüße immer sowas. Du, grüß sowas. Und du, grüß sowas. Und du, grüß sowas. Prescribed Burn. Ah, ja. Okay. So. Das ist eigentlich Tutorial. Uiuiui. Using Abilities. To use an Ability, click it. Okay. Okay. My tippen Abilities may only target enemies in the same time as yourself. Okay. Come and action, move, action. Come and Control. Swing das T, mittlere Maustaste, Q und E drehen. Ähm. Oder Falters. Okay. So. Das heißt. Du müsstest mich immer hier bewegen. Geht da hin. Ähm. Bin ich jetzt nicht mehr dran? Okay. Die haben mir nicht gesagt, wie ich jetzt die Runde beende. Ähm. Achso. Da. Mehr ist nicht, ne? Geht's ran. Ich geh ran an Speck. Und der darf natürlich jetzt nochmal. Na und haut ab. Ich glaube, es hackt. So. Hier. Auf ihn. Wie ist dein Ability on move? wir sind doch in seinem teil wie er kann ich das jetzt nicht benutzen es ist angeklickt das heißt ja auch nur wenn ihr da was habt ihr dann klicke dass sie kann nicht anklicken und muss ich mich erst bewegen wegen ist halt ich kann halt hier hin haben wirst aber das geht okay was ist dann von dem anderen für eine fähigkeit dass das nicht geht können also pro runde immer nur einmal angreifen wird er hin geht nicht ich weiß nicht warum alles andere geht aber das muss ich nicht verstehen okay er ist tot oder aber du kannst es nur da muss ein teil dazwischen sein okay ist in range vorher hat mir spiel halt gesagt dann kannst du nur dinge angreifen im selben feld aber ich glaube es war auch nur ein milli der menschen okay gut also wissen wir dann fernkämpfer so wir können und draufhauen Ich hab dich geerntet. Okay. Akt 1 geschafft. Nach der Gewalttat versammelst du dich am morgendlichen Langefeuer müde von zu wenig Schlaf. Und dann reflektiert ihr, was zuletzt passiert ist. Aber wir können nicht bleiben. Ein Westerker, der fehlt. Die Farm wird überrannt werden von den wachen Leuten vor dem Ende des Tages. Dieser veraltete Abenteurer hat uns diese Karte geschickt. Wir könnten sie nutzen, um nach Dornen zu reisen. Okay, genug nach Dornen. Und wir finden die Tore stille. Niemand war jemals zuvor dort. Okay. Und alle stimmen darüber ein. Wir sind nicht stark genug, um gegen die Baronin zu kämpfen. Oder das ganze Tanic Imperium. Die Luft führte schwer an um dich herum. Lass uns Jengard alleine lassen. Der Brief vom Abenteurer. Wir müssen Abenteurer werden. Was bedeutet das? Ich habe keine Idee. Wir sollten mit dem Hartlen Ältesten reden. Er weiß bestimmt. Okay. Und Verlierer wird das nicht gefallen. Sie wird es auch unsere Familien auslassen. Und, 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 und. Ja, okay. Ähm. Also. So. Selected Charakter. Whenever you pick a card option, one specific character is selected. Ah, okay. Ah, das ist jetzt hier mein aktueller. Ich bin froh, dass wir so überlebt haben. Aber wenn. Leute versuchen das Gesetz auch zu halten. dann fällt die welt in chaos wir kommen hier niemals zurück oder ich denke nicht wir haben einen langen weg vor uns hoffentlich hat der älteste ein paar antworten auch für uns okay dann lasst uns mal die karte holen wir brauchen wir haben jetzt der anfang des spiels werden sie schaffen oder werden sie versagen der typische text bitte einfügen vielen dank wenn sie triumphieren dort wo tausende versagt haben findet es heraus wenn ihr das spiel spielt okay perks gilt zivil also wir haben hier viel zum vorlesen die 12 wenn du diesen ort erreicht dann speichert das spiel um jünger zu erreichen musst du noch nur reisen in den fahrt auswählst aus ausrüstung und mit jobs sind muss blut und hier you a little of the ones also komm jetzt geben mir equipment und heil mich um ist okay so haben wir hier in august guild challenge diese diverse rewards okay wir können halt selbst auswählen welchen weg wir gehen wollen die gruppe steht vor einer ruine eine von uralten zeiten wo ein vers der unspoken geschrieben steht so eine schrift enthält ungeahnte kräfte einer könnte macht erlangen oder leiden unter dem fluch skill checks some cards require a skill check dice wall quasi also es wird quasi ausgewählt wie beim richtigen tabletop ob halt der jeweilige charakter halt dafür geeignet ist diesen skill anzuwenden um zu bestehen muss man unterhalb des wertes würfeln ok hier skill check hat ein attribut und ein personality skill der wird wird was also der erhöht meine chance dass das ganze ok skill check hat skill check hat 10 prozentige wahrscheinlichkeit ist halt schwer wir nehmen das wo wir nicht viel fahren eliana mutter aller sterblichen schützt unsere haut und und gesundheit ok charakter steht das heißt da sehen wir dann wer was wie wo wie was wieso weshalb hat also hier sind und agilität und power und und charakter steht halt na kennt man halt aus diversen anderen rpcs vielleicht auch so ein counter oder kämpfen wir gehen mal auf einen encounter zu und du siehst ein lagerhaus am wasser mit einem händler der draußen stehen lieber abenteurer lieber und kann ich euch interessieren für eine neue waffe eine waffe ja schön kraftvolle waffe er könnte sie ja sonst verletzt werden ohne waffe ok ja ja ich will mir was andrehen weiß ein supply wir können ihn aber auch bedrohen und 21 prozentige wahrscheinlichkeit und wir liegen natürlich darunter darüber händler ein schritt zu uns hin und deine leiche wird niemals gefunden der händler blickt auf dich und fängt einfach nur an zu grinsen ihr ihr seid einfach nur aggressive kunden wir können ihn bekämpfen weil ich es kann hätte ihn halt auch bedrohen können wir halt bedroht gewesen und alles so gut aber nein range abilities kennen which up to two tiles away hallo ich bin hier noch im tutorial lesen aber ist nett dass jetzt ne so was auch mal geklärt wird wie genau hier range attacks funktionieren bisschen spät aber so spät als nie noch mal ist nicht ne ne ok immer drauf da drauf da und du auch oder stand das ist auch hier ein feind direkt hier ok schon gewundert wo ich viel charaktere alles gut ich habe ja nur drei so das werde ich bestimmt hier versagen oder so so beenden du greifst die hier an und beenden das halbe dorf hier greift mich an was natürlich verständlich ist aber naja ich habe ja die händler hier bedroht die kann ich nur so immer feste drauf so eine weg ok bitte warten du bin noch mal schauen ich schwöre lass doch er hat immer noch nicht genug so ente aber hier unser unser möchtigeren caster hat schon ordentlich haben gekriegt wir sind sehr unschön ok für den äh das tode so dann gehst du mal hier rüber brauchst auch nicht drauf und du dasselbe es sieht nie so gut aus es ist besser immer feste drauf so wie die ladies hier mag au nico das für unsere einen kameraden hier bewegen ist nicht weil fest gewurzelt natürlich ein bisschen blöd aber gut ähm immer feste drauf und immer feste drauf eine weniger ok jetzt kann ich da hin und befeuern also meine taktischen rpg künste müsste ich auf jeden fall nochmal überdenken und das war's die liegen alle im dreck massenmörder 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 hey ok und wir kriegen uns los das und wertvolles ok was bescheiden in dieser seiten wir halt nur mal eine begegnung oder halt einfach zum angucken hier ja wir wollen wir auf jenny the three of you stop at the cooking side also völlig erschöpft kommen wir an einer kochstelle an wir sind schon ganz aufgeregt was haben wir zu essen zu kriegen und zünden direkt hier in denen das feuerchen an dieser ort scheint verlassen zu sein ich kann uns herz finden also kräuter wir können auch was kochen das hier brauchen wir auch gar nichts das haben wir nicht also alles gut ist die suppe hoffentlich können wir etwas echtes essen im innen später finden ok ok 25 auf party hp also 25 prozent der gruppenlehnspunkte wieder hergestellt ok und jetzt haben wir halt nur einen kampf und können halt auch noch in finden irgendwie irgendwann mal um uns ausruhen können theoretisch hey du da ich mag euch nicht hey können wir kämpfen ähm halt fliehen wir können natürlich halt versuchen zu fliehen haben sogar das richtig gemacht wir sind einfach geflohen okay dann würden wir theoretisch in einem in ankommen in westing in the perfect place to end the adventuring day for some well deserved west ok westing at ins returns to adventures to maximum hp and stamina ok ok auch jedes mal mehr so eine so eine karte auswählen ähm verlieren wir auch stamina ok 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 so und so würde es halt weiter geben bis bald vielleicht irgendwann mal auf der ältesten treffen und so ein schmied hatte ich gesehen ist nicht waffen schmieden gegen die gesetze und natürlich aber ich kann euch natürlich auch was geben ähm barter schuss ich mach mal das oh ok ok jetzt haben wir hier plus zwei von irgendwas gekriegt ich weiß nicht erfahrung oder so da da kriegen wir eine neue waffe was jetzt genau was ist es macht neun bis elf schaden das hier ist das hier ist eine faustwaffe die acht bis elf macht ach kacke wenn nur das ein ausgewählt ok ok 6 bis 8 dann noch 6 bis 8 ok 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 gut gut aber ich würde sagen leveling ab und aufleveln können wir auch noch ok gut äh enemy enemy might also gegnerische macht ok so jetzt kann ich hier halt in irgendwelche trades investieren zum Beispiel mehr power mehr waffenmeisterschaft und so ähm na also würde halt theoretisch alles gehen aber ja ich würde sagen wir haben jetzt hier genug in das spiel reingeschnuppert ist ein nettes spiel ähm hat tatsächlich so ein bisschen was von typischen pen and paper rollenspielen und äh ist definitiv nett ist ein bisschen unübersichtlich ich würde es mir auch ein bisschen auf deutsch wünschen ähm ja aber es ist tatsächlich nett für das was es sein will und ist dahingehend auch relativ gut umgesetzt muss man wirklich sagen ist halt ne also manchen mag vielleicht die optik nicht stimmen oder so aber ich finde es nett kann man machen ne so jetzt aber das war es mit dem angedalt zu jenen geahnt und wir hören uns dann beim nächsten angedalt bis dahin viel spaß und noch vielen Dank fürs zuschauen und bis denne